als ich halb für mich an den Schiedern der Ehe ist der Fall ist ein Glück als er die Wunnen mit uns im Netz geht es wird Folge 8 inzwischen die sich alleine wir haben mit Indien Schiede dabei und als Special Gäste im Leben vor 6 wir haben unsere KW-Ange ist abgeschlossen und Schiede wird scheiß BAM okay wir standen wir haben ja im letzten Tag gesagt dass wir uns im PvP sehen natürlich hätte ich wie immer ich hab' die Fälschenskriege ich hab' ich verkeh' dich mal was ich so kann, ja? Oh, okay, ich würd' hier wahrscheinlich gewinnen Ja, 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 okay, ja, okay, okay Warte mal Ich warte Bei mir war gerade Feuer, ruck auf Oh yeah, oh yeah Oh, ich hätt' ich schon warten Oh yeah Meine, Shido, nehmt du, ja, ich krieg' dich her Wieso freudest du, oh, 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 Shido, ja Ja, Shido nimmt einfach diese Standard-Kombos, die jemand für ewig machen kann Ey, Leute, ich hab' viele Falle im Alleingang gerade genommen und danach kommt dieser Flexus her Ja, okay, ich schnell verkriech' Oh, warte Komm her, lass uns schliess' Nein, keinen Ehrgeiz, keinen Ehrgeiz, keinen Ehrgeiz, keinen Ehrgeiz, den fick' dich Hehehehe Nö, nö Warte, ich hätt' dich rum Du, bleib' auch nicht Ehrgeiz hast Nein Oh, ja, das ist so klar Alter Das ist voll verloren So Ich... Okay, zack, und jetzt ist es Deal Bam Nein, dann die Ehrgeiz Ey, das ist... Wuah w convey Au binary O Oh Scheiß Da 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 da... So Also das ist nicht ausgeklar Heute ist alles Also das hat die dann die Daём Maus Eine Aerkennung Tambor Jetzt kann sie contamination sind Ja, ey, nein! Oh nein! Kann er sich kommen hinten! Oh mein Gott! Ja, verruf mich jetzt! Okay, jetzt könnt ihr mich überhaupt am Arsch nehmen! Nein, 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 nein! Ja, 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 schief! Ich kann mich schallen, oder? Ich geh raus, also. Ich geh da auch immer raus. Weil, fair play. Was? Na, ey, ja, dann lauf ich noch! Wartet, Max, komm! Und wie im Blick sagt wieder? Jemand hat mich angerufen? Ja, denn einer deiner Fans. Okay, jetzt kann ich wieder. Du bist ja... Ich geh fair play! Ich geh fair play! Danke, dass du mich da rausgeholt hast. Okay, siehle kommt von hinten! Danke! Schick! Siehle provoziert voll! Ey, dann jump ich genau da... Na, 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 na! Ja! Ja! Oh, ja! Was? Ich werde euch vermalmen! Oh, ja, ja, ja! Leute, hört doch auf! Ich bin die ganze Zeit eins gegen eins Ich bin jetzt besser als mit euch beiden gleichzeitig! Weil ihr macht immer so... Was?! Immer wenn man kämpfen möchte, kommt ihr von hinten! Ja! Äh, guck, 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 guck! Hup! Ja! Wer war das noch? Na, komm noch her! Dann kommt der... Kommt einfach... Shito an! Und dann... Ja! Ja, bitte! Ja, warte noch mal! Ja, nein, nein, nein! Nein, 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 nein! Okay, ich bekomme... Das ist nicht so, Shito! Aha! Ich konnte noch unten... Ja, das ist aber so... Du bist nicht! Hör auf, wir uns zu verkriechen! Das ist voll eingeschüttet! Hä? Wie? Hugs! Ja, haxst, alter! Nein! Ja! Oh, ja, Shito! Shito, was soll das?! Du brichst mich ganz nicht ab und triffst mich selbst! Warte! Warte! Ja, wenn dir die ganze Drunk um mich nicht zukommen wird... Also, ich bin freundlich! Oh, oh, oh! Schuss! Hä, warte, woran sieht man so, wie viel Keto man hat? Ach so, ich scheiße! Sworn Protection! Ah, ich... Nein, ich bin tot! Oh, nice! Ja, du hattest Sworn Protection, das ist so cool! Hey, nein! Doch! Anfangen woche ich zu euch von Protection! Hm! Ah, Mann! Was? Wie gesagt, Aska, nein! Hey, was zum Teufel? Wieso bist du jetzt einfach aufgefallen? Ja! Was das kann? Wir müssen auch gegeneinander kämpfen, das wisst ihr schon! Was macht ihr da?! Boah! Oh! Nein! Ah! Genau, ey, da! Nein, ey, lol! Wie hat er... Wie hat er... Wie hat er... Wie hat er... Danke! Bro, was weiter... Getwixt! Getwixt! Hast du gerade getwixt gesagt? Ich getwixt, Alter! Okay, jetzt... Oh, diese Catch-Kombos! Ich hasse sie! Bleib ich dabei? Oh, ja, ey! Ihr ver... Ja, guck! Das hat nun davon die Menschen WLAN hilft! Siehst du? Die verraten dich eh! Yeah, 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 yeah! Okay, gleich sind wir noch reingelaufen! Hm! Oh, jetzt treiß mir! Oh, chill! Da kommt er wieder damit an! Danke, dass wir alle seine Position daneben schießen! Und der so... Oh, mein... Oh, mein... Oh! Oh, mein... Oh, mein... Ich lauf das auf! Ich lauf das auf! Oh, noch besser! Leute, weglaufen, wenn ihr das habt, ne? Was denn? Ja, klar, doch besser! Oh, ja! Oh, ja! Wenn ihr Heil bekommt, lauft immer weg, weil ich hab... Ähm... Ich bin auch immer so... Junge, geht doch nicht auf mich! Ja! Ich schiebe mich von der Mitte! Ich hab' mal vorheben! Ja, du bist egal! Es ist jedem egal! Es ist jedem egal! Oh, ha, ha, ha! Toll! Soll ich euch mal was geiles zeigen? Das hier? Danach hier raus! Haha! Ich glaube, das hier! Ja, das hier! Hör auf! Cheeto! Du bist was! Danke! Danke! So, was passiert jetzt hier gar nix mehr? Ah! Die gehen beide auf einen! Was wird's denn? Ja, dann will ich Cheeto mich umziehen! Jetzt dran! Du musst jetzt zu Ende ist und dann hat er keine Betonen mehr! Nice! Jetzt kann er nämlich spammen, bis zu geht nicht mehr! Oh, danke! Ey, Leute! So! Ey, ihr macht die ganze Teaming gegen mich, Alter! Wir warten bis der... Ich mach... Warte! Warte, bis der macht, wo's denn zu Ende ist! Ey, Leute, das ist richtig assoziiert, ne? Warte, bis der macht, wo's denn zu Ende ist! Warte, bis der macht, wo's denn zu Ende ist! Nein! Da kommt der wieder von hinten! Da kommt der wieder von hinten! Da kommt der wieder von hinten! Ja, okay, jetzt streiten sie sich um den Kill! Oh, ja! Ey, Cheeto, du Huche! Jetzt ist Gebrache! Hä, ja, ich bin bei mir! Und dann machen sie dich! Ach, du willst jetzt mal riechen? Ach, du willst dich retten? Wie bitte? Ach, ich bin jetzt nicht dieelines! Ich bin jetzt nicht bemerkt! Ich bin jetzt die meisten Punkte! und bitte lasst uns allein was und gewonnen wegen der Zeit das so ich bin Acker aufzutrelegt es ist aber wirklich und wer er ist wirklich sonst wer macht schon ja er ist ja sein die Witter nicht und dann machen er hat das schon das tut sie er und wie ist ich weiß wenn man damit richtig umgehen kann sie das aber noch sind auf der Phase und er nimmt ja leute das war's dass man sich dann an ein Wicker noch öffnen da auch viel nur jede Folge soll mindestens 10 Minuten gehen kommt nur noch ein Dungeon das Nied denn er fließt es mal hier ist jedes Mal Alta und er kommt er hat sie müssen Potschi und Kachi töten ach so ich mach da ja nicht mit das wisst ihr ja ich glaube er will immer zu Potschi und Kachi töten und danach nur gehen wir um und danach in den Landen und danach ist das was zu beantworten jedes Mal kommt die Nummer nur noch ein Dungeon nur noch ein einzigen Schilder Potschi und Kachi das sind diese Teddybären oben diese Proz er ist der Zettel Zelligsofter und muss man trainiert möchte stärker werden damit ich richtig hätte kommen das war klar aber du musst sagen es zu gehen ich war nicht jetzt nicht schlechten ich auch nicht aber der kann Felix mit seinem Kompost haben ja Felix würden Schiele und ich entgegen als ob man das würde es richtig knappes ähm einen richtig knappen Sieg wahrscheinlich geben aber dann kommt ja Felix die ganze heißt der Felix? ja ja das ist gut ja gut ich weiß was weiß ich ist Felix ich gehste Arme ich gehste Arme aber oh boi nein ich heiße und wenn du Arme bist das sag ich dann heiß ich rechts er ist wieder an zu teilen warte mal ähm warte ach so gut wenn ich okay ich wurde von einem brennenden Typen angeschrieben ich hab... nice warte ich gucke mal gerade ich gucke mal gerade alle Schiedlungen sind Potschi und Katschi immer noch drüben ich hab schon sieben davon getötet ich hab weil das fünf okay da geht wieder aus mein Range ach-so du bist die ganze Zeit unten nein das bist nicht du ich seh' dich hier gar nicht Ich hab alle. Ok, ich gleich auch. So gehen wir wieder Bessma? Ach so, mir fehlt nur noch einer. Ich hab' nicht geschaff' was hast du jetzt bekommen eigentlich. Ich hab' einen S-Dings-Dingstahl bekommen. Was mir Abwehr gibt. Ich werd' auf diesen Park Level Zankes sein. Dann kannst du mal drei Tage. Ich hab' nicht geschaff' was hast du jetzt bekommen eigentlich. Ja, ich bin Bessma. Hm, ja, warte, bei mir fehlt immer noch ein Kill. So jetzt. Ah, ich sollte dir eine Waffe geben. Ach so, wir müssen noch, äh, hier, wachst du mir. Felix, meinst du mich, oder was? Äh, nein. Ich sollte dir Fahne was geben. Okay, Leute, nimm mal an. Ja. Warum muss mir deine machen? Ach so, das ist, äh, hier Epi-Quest. Ach so. Was soll denn das? Warte. Geh, ist schon eine zweite Klassenwechsel. Da hat mir jemand geschrieben. Äh. Aber das war richtig. So, dann lass uns mit dir. So, dann lass uns mit dir. So, dann lass uns mit dir. Ah ja, das hat mir gestern vor, am Anfang von Witten keine Erwahrnehm-Kontent lag da, äh, daran okay, dass ihr, äh, eh, Feldwart. Da kann man so das nicht. Ah, okay. Okay, dann kann man die Info. Wusste, das ist einer, äh, die von Dienst und von äh, mein Zuschauer. ich weiß was ich mag dass sie diese Komponente und jetzt muss ich eigentlich mit diesen Aufmacht im Monat und zu noch nachfahren er ist der Erdbeider und sie durch die Zeichen dass die ganze Zeit ist und wenn wir das macht die ganze Zeit die ganze Zeit wenn ihr das hier Shido, ich hab mich doch nie gehasst Nein, du hast... Du hast... das... du hast... Nein, du hast... du hast... du hast... du hast eigentlich nur Mubis, was du normal... Hä? das ist das Kombo, und hallo guck! Ich hab' die ganze Zeit so diese Kombo gemacht und danach nachgedacht, ey, was ist... die Liste zu haben, das ist so Mubi 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 Genau Das ist so Mubi Shido, du kannst alles viel schlimmer machen Ich weiß, ja, Lucile kann... Lucile besitzt auch noch solche Kompos, wo du einfach so einen Hilf machen hast Du kannst quasi dafür sorgen, dass jeder Gegner, der dir näher als 2 Meter oder so ist, dass du den direkt andämtst, wenn du nur richtig schnell reagierst Weißt du, da... warte mal Ähm, wenn du Ciel, äh, Lugo nimmst mit den Keilen Weißt du, Cora, ich kann das nicht machen, das ist ja Nein, nimm mal äh, Ciel Ähm, sorry, nimm mal einen anderen Schar Weil sobald ich jetzt beispielsweise da stehe, hier so, dann kannst du direkt durch so angreifen mit diesen Keilen Was sind hier? Ja, dann die... jump mal so, schlag mal Guck, wenn du X-Rückstbächer, kannst du jemanden richtig schnell erwischen, das ist richtig asozial Und dann kannst du richtig Kombo die ganze Zeit mit Skills Ach ja, das ist asozial mit Ziel, wenn du sprichst, sprichst, X, Y, ich meine, Y und X, du wirst ganze Granaten und das ne Was hast du gerade, hast du gerade die Kombo gesehen, Plex? Ich hab gerade, äh, Willard, ich hab gerade Willard nach oben gekickt und irgendwie dreimal hintereinander diesen X-Kill gemacht, diesen Jard, das hier, guck, das So richtig aus Reflex alleine Hey, wenn es aber so ist, kann ich nur einmal Bomben Wollst du hier? Hey lol, die besitze ich... warte, so, dann Ich kann nur einmal machen, sonst nicht Ciel, ich mag einen Tee haben Tja, schade, möchtest du einen Tee? Ja Oh, na genau, ich mach genau Skype an Fuck you So, ähm Ja, okay, gut, Leute Ey, das bleibt auch so, ob wir heute Nun würde ich auch sagen Warte, erstmal Christoph Schieß und dann macht es mal getreten Dann müssen wir morgen jetzt nur noch irgendwie Wachttur auf Schwerexperte machen und danach Schloss Rube durchmachen Okay, das war's halt, wir sind es jetzt, ciao, ciao Ciao